Ja, ja, zehn Bier später, ich weiß schon. Ich hab keine Ahnung, wie ich mit mir anfangen soll. Ich tränke extra für dich ein Energy, damit ich wach bleibe. Das ist richtig, Hasi. Ja. Apropos, sagt mal alle Hallo. Tschö. Day. Hallo. Nichts gut lachen. Also ich helfe den Doktor nicht, weil der von Bob ist. Ja, ich glaube nicht. Was ich will doch nicht mal ein Crit für den Jungle Bob. Jetzt zieh dich ihn erst mal. Oh, fuck. Wen haben wir eigentlich als Gegner? Nur Lill-Sinntauber. Konter Temo gar nicht. Der macht mich platt, was... Nein, ich sag's doch gerade, Konter Temo gar nicht. Mit oder ohne Smite? Ohne. Ohne. Danke. Also eigentlich solltest du mit Temo Lockerkin Lee-Sin gewinnen. Weil durchs Blenden einfach nichts machen kann. Ja. Kann man dann Blenden anspielen? Ich wollt's grad sagen. So haben wir die Erdolten, Setsian. Mach ne AP so. Das ist ja super. Das macht ja gar keinen Schaden. So, dann macht mehr Schaden. Am Anfang jedenfalls, ja. Komisch. Jetzt ging die Attacke woanders hin. Söltsam. Du musst dieses Last-Titten üben, das kann ich noch nicht. Boah, ganz unwichtig. Ja, ich weiß. Deswegen übt sie das ordentlich. Ja. In LOL ist es einfach das Wichtigste, dass dein Champ niedlich aussieht. Danke, Chris, dass du das sagst. Kein Problem. So, machen wir jetzt noch mal, ne? Zack. Ich weiß, womit ihr gegnerische Sona überhaupt nicht rechnet damit. Boah. Du hättest ja wenigstens ein Word kaufen können und den einsteigen können, oder? Äh, nein. Warum nicht? Darum. Einfach nein. Ja. Du gibst mich nicht mehr, das ist unglaublich. Ja, ich spiel für Bratze bestimmt. Ich wusste, dass du schwul bist. Guck mal lieber bei WhatsApp, was er dir geschickt hat für ein Video. Ha, ha, ha. Von euch beiden. Ja, natürlich. Hä? Hab ich grad was anderes angedeutet? Das tut mir leid. Chris, Word wird die ganze Zeit gepusht und was ist nicht einmal Word gewesen? Ich hab doch Chaos, da brauch ich keinen anderen. Rrrr. Auch wenn du verheiratet bist. Da macht's am meisten Spaß, ne? Ach, der befindet sich schon im Scheidungsjahr da vom Weiß an Licht. Drauf, 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 drauf. Ah, ich hab ihn noch zu bisschen süß. Neh, die Sona für First Blood, Alter. Danke. Ich hab sogar überlegt, ob ich zwischendurch flashe, nur um mir die Sona zu nehmen, aber dann dachte ich mir, ach, wozu? Es ist Chris, der kann bei den First Blood eh nichts anfangen. Ach, die V ist hier oben. Mit perfekten Temper. Hä? Hä? Huh? Hä? Wie? Was? Ja, die V ist bei mir, oben. Gut, er hat mitte keinem anderen mehr. So, ich geh mir grad mal Gold-Eitem holen. So ein Arschloch, so ein Arschloch, so ein Arschloch, so ein Arschloch. Hab ihn! Nicht. Er ist da, da ist er, da ist er. Er wurde nicht gestunnt? Pass auf, war ich hinter dir? Ich kann mich drauf mit dem nehmen. Hast du das, ne? Für mich lieber erst mal Ulti. Ach du Scheiße. Guck dir's mal an. Was? Richtigst du deinen Shape aus. Ähm, Nocturne. Und das hast du jetzt mit Absicht geordnet, du war Bengel. Weil du genau weißt, dass ich auf V gehen wollte, ne? Du V, nämlich wie sag, anstatt why, aber Nocturne sagen. Wie hast du denn gedacht, ich spreche Nocturne aus? Ja, Nocturne, ganz normal, Englisch. Und bei why sagst du wie. Oh, Dreckssäcke. Könntest du da oben hingehen, Chris? Könnte ich's tun. Äh, tu's auch. Ich verstehe nicht, warum die Veen nur auf... Die Misch geht, ne? Ja, ja. Nur auf dich, das verstehe ich gar nicht. Oh, 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 jetzt geht's auf mich. Hi. Dann hab ich's aber sauer gemacht. Und da macht langsam echt mehr Schaden als die Veen noch. Du hast es jetzt zum siebten Mal gesagt. Du würdest auch noch fünfmal sagen. Meinst du? Ja. Ist halt ne Bratzen, ne? Ja, eben. Boah, die Sona macht viel mehr Schaden als die Veen. Ja! Er hat keinen Marder und kann mir die ganze Ulti rein... äh, die ganze Kombo reinklatschen. Really? Ich pushe mit da ran, ne? Boah, wie schlecht die Lasse... Lächerlich, Alter. Wer klingt sich mal noch für die ganze Kombo? Boah. Das war Skillzone. Das war noch verballert. Komm schon, ich muss Ulti rushen. Wenn die Sona weg ist, geben wir auf die Veen. Veen. Ja. Die OP. Okay. Ich hab's schon gesehen. Also, die ist wieder... Die kommt wieder. Ja, weil der Angst vor mir hat. Ich hab's schon gesehen. Ach, du hast ja schon Lifesteal, ey. Warum heil ich dich überhaupt? Unnötig, ne? Ja. Also... Heil dich völlig selbst hier. Hat er wieder Ulti? Nein! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Alter? Mach Ulti aus und dann reicht's Mana für die eh nicht. Ach. Ach. Noch zwei oder drei Minions hab Ulti, ne? Ich bin extra weggegangen. Ich bin ein Level zu deinem Stück. In dem Fall fühle ich besser in den Farm als eher. Nein, nein, Alka, geh da hoch, geh da hoch! Geh da hoch! Oh, der hat noch... Oh, Christ. Du bist eh weg. Kann ich hochgehen. Worst jungler, Yu? Ah. Der Countdown, die da heilt. Wie lag hier, Alter? Oh! Oh, shit! Ah, den hast du wenigstens bekommen. Sorry, sorry, sorry! Oh, okay! Oh, okay! Weider sind tot. Ich hab mehr Farben als die, ist mir doch egal. Ich bin ja mal ganz spannend. Oh, die Sona hat das erste Mal Wurz gekauft. Und dann direkt zwei Pink-Wurz-Schlampe. Was trumpft die denn? Nein, ich musste meinen Pink bisher noch nicht verwenden, sagen wir es mal so. Bitte drauf. Ich bin langsamfrieden, kannst du vergessen. Ich komm mit meinen Stun einfach nicht ran. Ja, jetzt ist weiter. Ehrlich. Wie, das war's jetzt? Das war die große Attacke von denen? Ja, die käme nicht jetzt, Mutter. Ja. Das ist gut locker weg. Hat die sich echt gedacht, ne? Braust du nicht. So, ne? Steh sie doch. Ja, natürlich Kraft der Tau ist sie nicht an. Oh, ich hab kein Mana, das kann ich an für Ulti. Kann ich's einfach schneiden? Die läuft hoch. Das hinterher. Das hinterher? Okay. Oder auch nicht. Trotz und tot. Ach, schade. Nice one. Man. Hat einfach das Mana gefehlt. Für Ulti. Ich hab immer noch das Mana nicht. Mhm. Er war so kostenspielig. 150, ey. Oh, die zählen mich viel. Ja, ja, natürlich hat er mich gestun. Egal. Egal, mein Leben. Mein Lebensraum ist hoch genug. Böser Waschbär. Ja. Ich bin grad so bitter aggressiv, ey. Ja, also. Wegen Chris sein wahrscheinlich hier. Weil du mich aufrecht, dass ich gegen Sarah verliere. Weil ich Sven so selten gespielt hab. Zona, komm. Zona, komm. Zona, komm. Jawoll. Ah, damit haben sie nicht gerechnet. Vor allem noch getroffen, ey. Egal, BF hab ich jetzt. Von meiner Meinung nach deiner Meinung nach. Harmonisch. Anfeuerungsspring. Jetzt langsam müsstest du mal nach oben kommen. So relativ so, ne? Ja. Jo. SS beide auf BOT, ne? Jo. Okay, ATC ist wieder da. Komm mal, schau mal, Karne. Ich glaub, die haben Frank gemacht. Sicher? Ja, zwei war hinter mir. Ja. Ey, schweiner. Ja, Sona ist auch hier. Auch da. Natürlich. Natürlich. LOL. Die Ulti. Ach, shit. Hier ist Vayne. No, keiner zu Vayne. LOL. Sona Damage. Boah. Oh, Lee Sin ist ja auch da. Ja. Ja, die Vayne hat fast nichts mehr. Gott sei Dank. Oh, jetzt hat sie wieder Helpt gelegen. Und jetzt ausbrechen. Oh. Fast. Na, jetzt wird er zu meinem Blue-Buff gehen. Ach, Frau Blue. Ja. Habt ihr nicht? Ja, hat den nicht. Oh, schick. Oh, der ist ja immer noch nicht gut. Ich hab Ulti 30 jetzt. Fünfzehn Sekunden. Accelerated movement. I concur. Jetzt hätte ich Ulti. Naja, dann war er auch wieder. Runter. Nur Teflag Ulti. So, jetzt hoffe ich mal, dass es klappt. Ja. Ich weiß gar nicht in der Nähe, aber... Wow. Okay. Weg, 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 weg. Die Diven. Scheiße. Unten mal schnell, Leute. Ich mach schnell die Minions weg. Port... Obwohl es Porten? Nee. Die kommen alle. Also wenn ihr wollt, ich hab Ulti ready. Nice. Ja. Man, ein bisschen zu spät. Egal, habt ihr. Ja. Mit einem schon zu spät, ne? Was? Wir haben mich doch getroffen mit Slow. Dieser Fail-Flash. Über so ne Wand nicht flashen zu können, ne? Einfach nur skilled. Wie so sterbe ich, ach ja. Wieso sterbe ich so schnell, äh, so schnell mit Zwayne und ich guck mir grad mein Bild an. Ich bin doch bescheuert. Full Damage? Ja, Full Damage. Ich hab hier überbewertet. Oh, da ist er noch die. Wie viel Leben hat denn denn noch? Oh. Ungefühlt. Hälfte. Und ich hab kein Mana mehr. Also reicht das. Nein, geht doch auch weg. Ach, Scheiße. Boah, das war das Gold für die Minions. Oh. Lassen wir das Weiß auch da. Oh, du bist tot. Na cool. Ich hoffe ihr pusht auf den anderen Lanes. Die waren alle 5 unten. Der ganze... 6-0 die. Die werden weiter pushen, Bot, ne? Ich bin da. Dein Turret hat den Turret. Dein Turret hat den Turret. Oh. Ne. Lassen wir mal. Okay. Noch sind sie zu dritt auf der Bot Lane? In dem Fall waren sie hier grad zu dritt. Sollte ich oben abhauen? Ich denke mal, ne? Langsam mal, ja. Ja. Wir haben keinen Farmer dafür. Mitte ist es mal. Oh, lol. Wir dürfen hier hinten. Oh, fehl. Nein! Ach komm. Sie überlebt sich schon. Sie überlebt sich schon. Ja, sie überlebt sich schon. Ja, sie überlebt sich schon. Dammit. Oh, knapp. Dragon ab. Wollt ihr Dragon holen? Besser ist das. From my mind to yours. Besser ist das. Drei. 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 Besser ist das. Drei. 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 Oh, er hätte ich gesunken dürfen. Fuck, Alter. Oh, mein Tower ist ja down. Oh, der Frosthammer, oder was? Ne, Phage, aber es lohnt sich bei jedem Hit. Da bleibt bloß da im Busch sitzen, ey. Oh, schade. Wer weiß, dass du da bist, Kauder? Nein, was denn? Oh, was soll ich mit dem Tower? Ja, mir lieh mich immer noch nicht. Nein, hinten. Sagt schon, stirb doch. Sagt, sterben, sterben, du, du. Ist eh weg, oder, mein Blue? Klima töten, der gibt Gold ohne Ende. Und auf meine Top-League. Oh, Leute. Oh, Leute. Was hat für... Svein, blüder. Vorgestanden. Are you ready? Ja, komm. Er macht ein Spell und ist ja nicht gekriegt. Oh, sorry, was darf. Lee Sin hier, Lee Sin. Ja, schon gesehen. Ich will da pushen. Nicht rein. Er leased. Heftig. Ja, deswegen will ich ihn hier töten. Malo. Malo. Hey, Junkos. Jetzt hör ich mir an die Mosch. Was ist eigentlich das Carried Candy Panda? Weißt du hier? Weißt du vielleicht jemand von dem? Bitte was? Was ist das Carrie Candy Panda? Als Belohnung Ah, das ist genau das, was da steht Lo, er kriegt nicht mal die E ab Ist ja scheiße Wohin unten Nichts da so nach Oh mein Gott! Als ob er's gepostet hätte Gut, Alter So, jetzt hast du Geld Nice, 2 Ich hatte das Geld schon ein bisschen vorher, aber Mit ihr Ich muss einmal weg Obwohl, warte mal Ein bisschen Geld bei euch noch Ja, wir haben keinen 2 Minions, toll Wir haben gar keine Minions Oh, sonst hat's aber Full-Do-Meer ausgeschaut gesehen Ich tank das Ich hab OT Ja, gut, Barriere, der geht Pass auf wegen, Wayne Ja, dann lass mich nur die Minions hauen Ah, da oben sitzt er Okay, ich würd jetzt auch gehen, wieder weg Und, ja, ich geh noch drauf holen So Na, jetzt geht's doch mit Swain wieder 7, 4 Hast du auch 2 Doppeltötungen bekommen Ja Ich hab 3, ich bin einfach mal Support, Ash Ich hab einfach mal mehr Supports als der Das ist normal mit Ash, kennen wir doch Ash kriegst du immer nur so Asses Das ist genau wie mit Asriel Ey, den einen Support, den du mehr hast Dafür hab ich mehr Kills als du Hä? Oh Gott, die Sona schon oben ist, Alter Mit Asriel bekommst du aber auch Auch wieder Asos Jetzt kriegt man eigentlich die Kills Lies den hinter dir, lies den hinter dir Lies den hinter dir Speed buff up 's J 31 Jetzt muss man einfach Jus Ich mussen Findest du Fass 2 2 beaten 8 2019 Stefan Björg ото Hä? Hat sich nochmal durchgeschlagen oder was? War auch eine gute Idee? Egal. Ich kotze mich an, dass ich ein Autohys auf Sona gemisst habe. Ist ja sie auch tot. Nein, dann werde ich noch haben. Oh! Sehr nicer hier. Oh, schön! Ui! Schütz mal, du! Du hast Damage, Alter! Und tot! Was? Ich versuch dich da zu retten, ne? Sie heißt... Oh! Okay, sie heißt Vai und dann jetzt alle rein sitzen. Dann werde ich doch mal Heal Unterdrückung mit rein gehen. Dann ist... Ich gehe direkt zum Flughafen holen, ja. Okay. Oh... ... 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 Du bist so ein kleiner Penner, ne? Die wär aber nicht gestorben, ist das Problem. Die wär gestorben. Doch locker. Wurde ja geheilt und alles. Die hatte gerade hier raus, du Lugel. Hä, die wurde gerade geheilt und er hatte wieder 200 ins Spiel. Ich hab kein Mana mehr, ne? Guck mir das nachher an und dann... Ja. Mein Tower ist gerade langsam. Ich bin schon weg. Ich helf dir mal. Ah, da hab ich dich. Mal gucken, wer von uns beiden schneller ist. Ein Wettlauf gegen Temo. Mein Minion. Scheiße. Du bist auch schon scheiße. Nur dass ich alle Minions kriege. Nein, eins hatte ich. Oh, okay, ich hab verloren. Ich seh's ein. Geht doch. Wenigstens ein Kerl, der zugibt, dass er gegen eine Frau verloren hat. Wir liegen alle gerne unten. I sublime Duet. Was, wie du immer für alle redest. Na, das ist so süß. Da sinnlich widersprechen. Treff dich, ich treff dich. Na, scheiße. Ich hab die Spanne, wenn's durch, ey. Hier kommt unsere Fiederin. Alter, ihr müsst echt alle Kills ziehen. Ich hab drei Kills, Alter. Und 16 fucking Assists. Hey, dann hast du ja so viel wie ich. Komm, mach, 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 mach. Ja, mir fehlt aber trotzdem noch ein Kill. Dann hab ich so viel wie du an Kills. Ja, das soll ja nicht geschehen. Ich push botlein an. Ja, okay. Also nur poken. Und lass sie nicht durch meine Pilze laufen. Wir werden nicht so fucking mobil, Alter. Ja, komm. Komm. Spring noch. Der ist nicht gehört. Er wollte, doch, der wollte zu ihm springen. Hat aber dann... ...auf seinen Kameraden gemacht noch. Schnell. Das geht, ja, ja. Good job, Beef. My love. Na, never. Never, Wayne. Geht auf den Support, ich finde das immer so geil. Aber Wayne macht Schaden wie Sauber. Ich krieg endlich Kills. Wuuuuh. Ey, die... Die haben einen Fokus, der ist echt unglaublich, oder? Also wirklich. Guck mal, unser Adikari full. Auf mich gehen sie. Ja, guck mich schon. Ich stand einfach schon daneben. Ja. Husten, was? Husten, was denn los? Oh. Dein Bruder wieder. Das klingt, das klingt nach einer Fußhupung. Ne, so Fußhupig ist der nicht. Dem wurden nur die Eier weg entfernt, deswegen... Ne, weibliche Hunde haben... Ach so. Ja. es gibt auch weibliche hunde. ja das kennt kars halt von sich, weil kars ist auch so ein kleines imitiert. so das erklärt alles. ah miss, hat ihn ja gekochen. good job, trotzdem ist er ist er nicht. doch Pils. OP Pils. man muss das doch mal wissen. nur weil der dumme Swayne sich weg gefordert hat. krieg ich. und nächsten, 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 und dann durch den nächsten Pilsen. und die Soda. die kriegst du doch viel mehr. ja, feiner. bei renn da rein. los bei. ja komm, geh doch. geh doch einen schritt da. geh doch mal da. bei da. geh doch mal. rass doch mal. so dass der minion muss jetzt da hinschlagen. das wäre cool, wenn sie jetzt da rein rennen würde. ach komm schon. doch. doch. ach schade. zu spät. zu spät. zu spät. zu spät. zu spät. ja. nein. ein zentimeter nach vorne scheiß. und für sowas verschwendest du deine ulti dragon ist ab. geh mal hin. ja für sowas verschwende ich meine ulti. die in 60 sekunden übrigens wieder da ist. was? so lang? so lange brauche ich immer Hilfe die ganze map zu rennen. wusstest du dass es nichts bringt den dragon zuzupilzen? doch da war gerade der Lee Sin. ach der ist da. dann zieh den dragon mal durch die alle pilze durch. nein. das sieht gut aus. lass meine reißbällchen. die sind zur dekoration. still. dachschwanz. ja. ja. können mich alle. von hinten oder von vorne? wöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, das ist mein Name. Nein. Schrecklich. Oh, warum ist der denn jetzt nicht durch den... Hier ist noch ein Lee. Ja, praktisch schon, Grazl. Der holt mich im 1-on-1. Du hast einen Pilz bei dir, was willst du mehr? Ich will, dass er rankommt. Ich ja hier und schieße... Ja, jetzt kommt er. Wow, das ist so gefeatet, Alter. Wie hat er mich toll? Mal diese Ausreden, finde ich immer geil. Diese Ausreden. Wie war das? 15. Minute 8-0. So, gut, jetzt habe ich noch ein Video mit Sona. Das ist schön.